Okay Leute, es gibt big news. Unsere EP ist natürlich heiß erwartet. Es wird noch ein bisschen dauern, bis sie offiziell released wird mit Print oder auch Spotify. Denn der offizielle Release ist eine mysteriöse und aufwendige Sache, von der ich mich versuche fernzuhalten, denn sie ist ein bisschen kompliziert. Und Leo ist dafür verantwortlich und natürlich Sören, unser Labelboss. Und wir haben uns aber entschieden, die EP vorzureleasen auf Patreon. Und wir werden ab jetzt jede Woche einen Song von unserer EP releasen für die nächsten sechs Wochen auf Patreon. Natürlich nur für die Patrons. Als großes, großes Dankeschön, dass ihr uns unterstützt auf Patreon finanziell. Und natürlich auch als kleinen Anreiz, dass noch mehr Leute zu Patreon kommen, um uns da zu unterstützen. Denn damit ermöglicht ihr uns, hier Musik zu machen. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass unsere Arbeit für Himmelskinder nicht nur aus Montagabend und Donnerstagnachmittag besteht, sondern dass wir quasi die ganze Woche nichts anderes machen. dann hat sich das یہ einstellen. Also, wenn wir es vorzunehmen, wenn wir uns da vorzunehmen, Vielen Dank.